Die Kranger Kirmes und die ca. 14 Tage vorher stattfindende Düsseldorfer Kirmes sind die größten in Nordrhein-Westfalen. Die Kranger Kirmes und die Kranger Kirmes sind die größten in Nordrhein-Westfalen. Die Kranger Kirmes und die Kranger Kirmes sind die größten in Nordrhein-Westfalen. Die Kranger Kirmes und die Kranger Kirmes sind die größten in Nordrhein-Westfalen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020